Hallo, wir haben gerade so zuschauen. Wir haben gerade Zuschauer hier getroffen. Wir sind jetzt in Stuttgart angekommen und es ist gar nicht laut hier. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt irgendwas hin. Ich habe noch Hunger, so wie immer. Und dann gehen wir dahin. Wir nehmen euch mit, werdet ihr das finden. Ich war da gleich schon mal, aber ich weiß, was es ist. Okay, dann bis gleich. So, wir befinden uns jetzt auf dem Weg und ich stelle euch jetzt mal kurz vor, wer alles mit dabei ist. Wir haben hier einmal die Lisa und die Josephine. Und wir müssen jetzt irgendwie zu so einem, was ist das Landtag? Jugendlandtag. So, aber ich will in die Jugendherberge, wo wir schlafen und nicht hier hin. Wir gehen auch jetzt nicht in die Jugendherberge. Ich will aber in die Jugendherberge. Ja, ich will abrennen. Magst du mir, du verstehst es nicht? Okay. Auf jeden Fall, solange ich was zum Essen bekomme, ist mir das alles scheißegal. Ich bin am Rätsel. Okay. Wir essen was und wenn wir nachher mal irgendwie wieder Pause haben, dann sehen wir uns wieder. Ciao. So, wir haben jetzt Mittagpaus und wir haben so schöne Bällchen bekommen, wo unser Name draufsteht. Ich meine, es ist anders rumgeschrieben. Und wir wollen jetzt gerade was essen und wir haben jetzt gleich noch so eine Halbestunde Zeit. Und dann geht es weiter. Mit was geht es? Ja. Jim, dann gehen wir in unsere Gruppen und dann wird dann noch mehr geredet. Ja, mit Ehrenamt. Ehrenamt. Und wir haben uns auch voll darüber informiert. Genau. Weil ich wusste nicht mal, was das bedeutet, was das bedeutet, bis heute. Weil ich wusste jetzt heute Morgen meine Mama fragen, hey Mama, was ist Ehrenamt? Und dann werde ich sagen, wir sehen uns, wenn wir uns wieder sehen. Bis gleich. So, wir sind jetzt im Landtag. Okay, Romana. Und ich zeig das euch mal kurz. Dahin seht ihr das im Hintergrund. Da hocken die ganzen Menschen. Und wir sitzen hier. Und die Romana, ich gebe dir. Yay. Hallo Leute. Da war ich sie wieder. Also wir haben gerade noch fast noch nichts gemacht. Das war die die ganze Zeit. Das macht mich voll akkessiert. Ja, das tun wir es gerade vor produzieren, ne? Ich sag euch also, wenn wir Politiker als Zuschauer haben, macht euch auf was gefasst. Ich bin, ich diskutier sehr gerne. Ja, also letztes Mal war das. Was war das? Jugend? Jugend. Jugend. Jugend irgendwas waren wir. Und Maxi streckt auf einmal die Hand hoch und fängt an zu reden, dass es respektlos war, weil die... Die haben uns gar nicht zugehört. Die haben da die... Die haben da die ganze Zeit mit ihrem Handys gespielt und so. Also Politiker macht euch auf was gelacht und bei manchen Sachen, die wir gesagt haben. Boah, das war nett so. Okay, dann werde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter. Und wir reden später. Ja, wir sehen uns gleich. Wir versuchen dann danach noch ein bisschen chillen, was Lustiges zu machen, ich. Tschüss. So, wir waren jetzt gerade bei so einem Info-Beater, was da war, das seht ihr eben. Also habt ihr gerade eben gesehen. Und jetzt gehen wir was essen. Achso, da ist es lange. Ja, schön. Wollt ihr eigentlich nicht. Und dann melden wir uns. Komm, essen Sie sich wieder, ne? So, wir sind's am Essen. Aber ich hatte so Hunger, dass ich schon was essen musste. Romana, was hast du dir geholt? Gut, jetzt. Warte, da gab's noch Fleisch. Dann gab's noch Stassen, Spießen und jetzt noch Salat. Ich glaube, ich hol mir jetzt nochmal Fleisch und so. Danach hol ich mir dann noch einen Salat. Was habt ihr so? Meis. Kassel, Mais. Ich hab zwei Rechen. That's what she said. Okay, dann bis gleich jetzt. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Ehm, es ist auch Vollstimmung. Ich hab die ganz freundlich geweckt hier. Gell? Ja. Also Romana richtet sich gerade noch und... Meinen so geeignet. Ich würd sagen, wir gehen jetzt gleich mal was essen. Und dann sehen wir uns nach dem Essen irgendwann wieder, wenn ich euch erzähle, was wir dann da machen. So, wir haben jetzt gerade gefrühstückt. Und äh, jetzt sind wir schon auf dem Weg in so einen anderen Haus, weil da wieder Gespräche sind, die uns alle sehr interessieren und wir sind absolut gar nicht übermüdet. Und ich würd sagen... Und ich würd sagen... Ich freu mich voll auf mein Wetter, Leute. Ich hab mich noch nie so viel Wetter. Ja, echt so. Okay, Freunde. Und ich würd sagen, dann war's das mit dem Video, mit dem Vlog für Stuttgart. Und ähm, wir haben jetzt einen Tag Entholung zu Hause und dann gehen wir nach Barcelona. Na? Ich hab nur einen Fuß. Ich hab nur einen Fuß. Ich hab nur einen Fuß. So. Dann gehen wir nach Barcelona. Ähm, uns wird's auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar da lasst. Wenn ihr es noch nicht getan habt, wir uns kostenlos abonnieren. Und ich würd sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.